Die EU plant an der Aufhebung der bestehenden Grenzkontrollen. Falls es die Coronavirus-Situation zulasse, könnten die EU-Grenzen ab Mitte Juni wieder offen sein. Das stellt die Frage, wird ein Urlaub am Meer also doch möglich? Morgen Mittwoch will die EU-Kommission ihre Pläne für den Weg zurück in die Normalität der Reisefreiheit offiziell präsentieren. Einige Details davon sind schon durchgesickert. Da der Druck aufgrund der sinkenden Coronavirus-Infektionszahlen auf alle Innenminister der EU steigt, sollen Reisen ins EU-Ausland raschest wieder möglich werden. Allerdings will die EU-Kommission dabei ein koordiniertes Vorgehen, also keine bilateralen Aktionen. Die Grenzkontrollen im Schengen-Raum sollen bald schrittweise aufgehoben werden. Und diesen Prozess länger als nötig zu verzögern, würde nicht nur das Funktionieren des Binnenmarktes schwer belasten, sondern auch das Leben von Millionen von EU-Bürgern, die in die Vorteile der Freizügigkeit vorenthalten werden. Da für die EU-Außengrenzen noch Beschränkungen bis Mitte Juni empfohlen werden, dürften die Grenzen zwischen den EU-Ländern schon früher geöffnet werden, als in den nächsten 30 Tagen. Fallen die Grenzkontrollen und Reisebeschränkungen zwischen den EU-Ländern, wären auch schon in diesem Sommer wieder Ferientage am Meer möglich. Das Sicherheitsrisiko eines Auslandsurlaubs wird jeder für sich selbst einschätzen müssen.